Hallo und willkommen bei mir, ich bin der Schauspieler und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Will You Snail? So, ja, ähm, wir spielen heute Will You Snail, ähm, das kommt am Mittwoch raus, äh, wir dürfen aber, also Content Creator dürfen aber auch schon jetzt schon, ähm, Videos rausbringen von der ersten Welt, daher mach ich das auch. Äh, beachtet diesen Save hier nicht, äh, gucken wir uns lieber das neue Spiel hier an, ich glaub das ist besser. Äh, ich hab das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt, ist das alles andere als Blind? Und, ja, auch obwohl das Spiel erst am Mittwoch rauskommt, das wird in späteren Parts dann alles Sinn ergeben. Aber ich denke, wir fangen erstmal an. Ja. Will You Snail? Und sehen wir, hier ist ne, so ne, ne, danke. Gut, dann. Hallo. Ja, hi. Hallo Squid. Aha. Werde ich sicherlich hinbekommen. Ja, äh, Infos zum Spiel. Das Spiel ist von einem deutschen Indie-Entwickler, äh, gemacht worden, also in, in, schon, ich glaub fast vier Jahren, insgesamt. Ähm, ja. Und er bringt das jetzt, ähm, das Spiel jetzt dann am Mittwoch auf Steam. Und, ja, das ist auf jeden Fall ne ganz schöne Sache. Da ist ein Counter. Ähm, ja. Aber ich glaub, wir sollten da vielleicht nach oben. Yo, yo, yo. The game continues in the top right corner of this level. Okay. Aber was ist das? Ziele. Was ist also mein Ziel hier? Squid zu entkommen? E-Man, komm? Machst du Witze? Du musst ihn natürlich zerstören. Nice. Ich freu mich schon sehr auf meine Revanche. Aber hier geht es um mehr. Diejenigen, die neugierig sind, werden es herausfinden. Ich bin neugierig. Wozu dient der Knopf da unten? Stimmt, da ist ja da unten der Knopf. Wozu dient der? Ich weiß es nicht, aber 157 ist eine schöne Zahl. What were you doing there, human? Were you reading something? Nein. Interesting. I don't see anything over there. Very suspicious. Ähm. So, so, 157 also. Gucken wir es mal an. Äh, come on. Leave that stupid button alone. Nobody cares. Ach, Mist. Das war... Ey, ein paar zu viel. Ach, es geht aber auch zurück. Great. Aha. Und was ist da? Ein geheimer Bereich. Mit wieder so einer komischen Texting. Erstes Secret. Oh, nice. Seien wir mal ehrlich. Ohne deine Hilfe werden die Leute diesen Raum allerdings nie finden. Stimmt. Hm. Ach, mach dir darüber keine Sorgen. Dafür habe ich schon etwas geplant. Ey, ich darf mir hier einen Hut aussuchen. Das ist ein geiles Secret. Klar. Man muss die Neugierigen belohnen. Okay, was gibt es denn hier einmal? Nichts. Scheißhaufen. Ähm. Moin. Moin. Ein Winter. Dann. So ein Mini-Squid. Jetzt wird... Jetzt wird mal geritten. Auch witzig. Dann. Party. Gut. So ein ganz formalen Hut. Oder... Einen kleinen Mini-Squid. Äh. Nee, äh... Snail. Oh, ich hoffe, man sieht übrigens alles. Äh. Ja, doch, sieht man. Ähm. Ich glaube, ich nehme den hier. Ey, warte. Sollte ich nicht eigentlich... Uh. Levelauswahl. Hm? Das ist nicht der Ort, wo ich hergekommen bin. Wie bin ich hier hingekommen? Wenn du zurückgehst, gelangst du in diesem Spiel immer zur Levelauswahl. Das sollte es einfach machen, zwischen den Leveln zu wechseln, wenn man das möchte. Ah, schön. Verstehe. Also werde ich wohl einfach in das blingende Level springen, wo ich zuletzt aufgehört habe. Oder? Was bedeuten die Fragezeichen auf einem Level? Das bedeutet einfach, dass man dort immer noch Wege zu finden... Nee, Wege zu noch mehr Leveln oder Secrets finden kann. Ich kann nicht so gut vorlesen. Aber hier waren wir anscheinend. Oh, why do I see two snails all of a sudden? Let's hope Shelly Jr. enjoys watching you die. Ah, wie heißt er so? Shelly. Hui. Nein, gehen wir mal weiter. The goal of this game is for you to die. Okay. Just jump directly into the spikes, please. Okay. Yeah, that was awesome. Do that again. I didn't quite see it. Okay, lol. One more time, please. Okay, mein wegen. Ah, you're so dumb. Ey, ich bin nicht dumm. Du Pisser. Okay, okay. I'll tell you how you can get past that. Sag's mir. You're so kind to kill yourself. Just one more seriously now. One more death and I'll help you to proceed. That does. Ah, haha. That satisfies my reward function so much. One more time. Alright. Just one more time and I'll tell you. You can actually get past that with a low jump. Oh, der Z ist wirklich. Und how long you keep the jump button. Uh. Der hat recht. So just give the Z ist Gold. Pure Gold. Ja, okay. Äh. Ich. Ja, okay. Also. Here we go. That's how it's done. Yeah. Next up, I'd like to choose the correct difficulty level for us to play on. I've already seen a bit of what you're capable of, but I'm afraid another test will be necessary. Ey, wie soll man da hochkommen? Hä? Äh, ich mein, kann man Wandsprünge machen oder mehrfach springen? Nein, also mehrfach, also man kann nur zweimal springen, auch keine Wandsprünge. Wie soll man da hochkommen? Ey. Das ist unfair. Das ist einfach nur unfair. This test is quite simple. Even you can understand it. When I say go, you must try to reach the end of the level as quickly as possible. Okay. Do you understand? And you'll have to go as quickly as you can. Ach so. The door will open in three, two, one. Okay, dann. Los geht's. Now double jump here. Zwei Sprung, alles klar. Hop, hop, hop. 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 That was quite decent for a human. Danke. Which is why I selected the easy difficulty for you. Don't worry. As you can see in the background here, there are only easy difficulties in this game. The higher difficulties are reserved for more intelligent species. Ha, I love shaming humans for their inferiority. You can josh the difficulty at any time from the menu, by the way. This is just my personal recommendation for making you feel as dumb as possible. Now go ahead. I want to show you something. Cool, dann zeig mir mal was. Ah, look at all of these lights. Beautiful, isn't it? Oh ja, das ist echt ein wunderschönes Spiel. Okay, ich glaube meine 3060 langweilt sich auch ein bisschen was. Da oben, äh, das Spiel ist leider auf 60 FPS gecapped. Ähm. Aber meine Garnereichenthek 60 langweilt sich. What if I told you that it is possible to simulate consciousness? Ah. Gott, die Musik ist super. Zur Musik übrigens, Leute. Every single light represents a conscious being in one of my simulations. Klappe. Ähm. Zur Musik übrigens. Der John ist, der wird auch so ungefähr zur Release. Auch tatsächlich die Musik auf YouTube hochladen, auf Spotify, allen möglichen Streaming-Services. Und es gibt sogar ein DLC auf Steam. Welches ich auch schon habe. Äh, aber. Herzu. Leute. Wenn ihr Geld dafür habt, wird ihr Geld genug habt, holt euch das Game. Ich kann es nur empfehlen. Es ist so geil. Ja. Und Wishlist. Packt es auf eure Wunschliste auf Steam. Und auf der Switch, auf der Playz, weiß ich einen ab. Auf der Xbox, weiß ich einen ab. Weil ich Switch auch nur, wenn er, wenn er habt. Ist, äh, ganz cool. Oh. 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 Das ist nicht schön. Ähm, das ist nicht so schön. Ja, bitte. Okay. Die Herausforderung beginnt. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Hier beginnt also die eigentliche Herausforderung, was? Ja, freut dich nicht, den Schwierigkeitsgrad in den Einstellungen anzupassen, wenn du das musst. Außerdem ist es ganz normal, dass man in einem Level für eine Weile nicht weiterkommt. Selbst auf den niedrigen Schwierigkeitsstufen. Das ist ein schweres Spiel. Ja, ja. Ganz, ganz, oh Gott. Hilfe, das... Oh Gott, das war ganz grausam. Oh Gott, ich will das nie wieder lesen. Aha. You just try to reach the end of the level, and I'll try to kill you. Good luck. Danke. Übrigens, das ist nicht so schön, dass ich auf, äh, der... Auf, auf einfach spiele. Hä. Und was ist das Besondere in dem Spiel? Das hier ist das Besondere. My prediction algorithm can predict every move you'll make. Maybe try to be a bit less predictable next time. By the way, every time you die, I'll kill a simulated conscious entity in one of my simulations. Just for fun. Because I can, eh. Ja, äh, das Besondere bei dem Spiel ist, ähm, Squid kann voraussagen, wo ich bin und macht deswegen die Spikes. Ach ja, und er weiß, und er weiß natürlich auch immer, wie man, am besten auch... Danke. Ähm, er weiß übrigens auch, ähm, wie man richtig coole Sachen sagt. Ja, easy ist echt zu schwierig für mich. Aha, ich bin durch. Okay. Okay. Nee, ich geh nach oben. Wait, vielleicht soll ich nicht stehen bleiben. Nee, ich bleib... Ich geh nach oben. Ich will sehen, was da ist. Am Ende lügst du mich noch an, von wegen, hö, da geht das Spiel gar nicht weiter und da ist nur wieder zum Sterben. Ich kenn dich doch langsam, Squid. Du willst mich doch nur töten. Du willst mich doch nur... ...töten. Das ist... Boah, ey, dieser kann... Ich spiel's auf ne Tastatur, nicht auf nem Controller. Ähm. Ich bin echt nicht... ...gut in Top-Runs. Yay! Moment, das ist nicht so yay. Awesome. Yay! Aber die Wand, die ist so nett. Netter immer... Immer netter als du. Also lass mich die Wand umarmen. Gott. Dammit. Ich muss da, glaub ich, auf den Block hoch. Ah, komm. Ich mach mal ein zweiter Runde. Aha! Yay! Ja, also das ist klar, ich höre zu und lerne. Alles klar, die laden kurz mal. Ja, das wär echt trausam. Das ist real für dich, zum Schluss von der Volk, der Realität, mit der Realität in den meisten Realität... ...real. Irgendwas. Das ist ein Video von Jonas. Perfekt, wunderschön. Super gut gefixt. Okay. Okay. You will need somebody to solve these silly problems for you. I'll just play dumb and play along till one day my genius plan will come to fruition. Got you. Here you can see my evil O. M. Hold up. I made that for somebody else. I. Not sure how that image slipped in there. Here. Look. I created a simulation of a human who is about to do something very special. That's so human. Naja. Definitiv so menschlich. Ne danke. Das war grausam. Äh. Sechs setzen. Das ist. Nein. Das kriegt nicht mal ne Not. Doch. Das kriegt ne Not und zwar ne 6. Stimmt. Wo er recht hat, hat er recht. You know that you've already beaten this level on this difficulty, don't you? Come on, increase the difficulty in the menu. Or are you brave enough to do that? Ne, danke. Oh no. You will never get past this action. Doch. Irgendwann schon. This exact same spot again. Yeah. The bottom path is the easier one anyway. Ja, wahrscheinlich. But not that easy, you idiot. You still need to at least try. So, jetzt aber. Now let's see if you're skilled enough to dodge these. What a disappointing start in the battle. Ah, das, 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 das Levelspiel. Ja, du fahrst echt viel zu viel. Übrigens auch ganz cool. Ähm. Das Spiel wurde von der Community, also von der Community von Jonas, äh, auf Deutsch übersetzt und auch von in viele andere Sprachen. Und das ist verrückt. That would have been so easy to dodge. That was the number 10 in this level. Come on, let's add another zero to this number. Jo, come on. Nicht machen, bitte. Steffo, du musst nicht dich... Du musst nicht unbedingt das machen, was Squid von dir will. Okay? Weil das ist... ...nicht unbedingt das Beste. Proof that it doesn't even take any intelligent efforts to destroy you. A simple moving enemy seems to do the train. Ja. You could have dodged that. Technisch gesehen, ja. Praktisch. Offensichtlich nicht. Nothing was moving in your direction. God damn it. Man. Never mind. It was fun to observe. So knapp. Ich mach jetzt noch das ein Level und danach muss ich das Video beenden, weil ich möchte immer so 20 Minuten Platz machen. Ach, vielleicht kann ich dann auch noch mal Platz machen. Keine Ahnung. Mal gucken. Ähm. Ich mach jetzt noch mal Platz machen. Yeah. Ist das so... Es ist schwer. Ja. Aber ich will die Schwierigkeit nicht selbst verringern. Wenn, dann muss es Squid machen. Weil... So, haha! Cool. Naja. Naja, aber auch mal. Das war's mit diesem Part, mit dem Video, dem ersten Part von mir für das Spiel. Na, so ist keine Musik. Das ist scheiße. Ah, gut. Ahm. Dann, äh, würde ich mal tatsächlich sagen, ähm, ja. Wenn ihr, wenn ihr, äh, mehr von mir davon sehen wollt und nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal abonnieren, eine Glocke, auch mit der Glocke abonnieren, äh, ein Like da lassen und auch gerne, äh, einen Kommentar schreiben. Das ist, äh, auch immer ganz schön. Und ansonsten, wenn ihr dieses Video hier am Sonntag, am Releasetag schaut, dann guckt heute um 16.00 Uhr, ähm, bei mir auf Twitch vorbei, da heiße ich auch Stefferspieler, da spielen wir nämlich, äh, Vacation Simulator mit der VR-Brille, also in VR. Und ansonsten würde ich sagen, das war's mit dem Stream... nicht streamen, äh, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.